Mahlzeit. Sie sind vorläufig festgenommen aufgrund des dringenden Tatverdachts an der Tötung einer Polizeibeamtin. Wir sind direkt, also nach dem Konzertsamen, direkt hierhergefunden. Da waren wir dann hier gewesen. Halt deine Fresse! Andy! Halt deine Fresse! Scheiße! Was? Stehen bleiben! Stehen bleiben oder ich schieße sie! Nein, nein! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Handy nicht! Das war's!